British American Tobacco, 8,7% Dividendenrendite oder vergleichbare mit im Schnitt 5% Dividende pro Jahr. Wie viel bräuchte ich dann, um 50 Euro monatlich durch Dividenden nach Steuern zu erhalten? Bei 5% Dividendenrendite und 25% Abgeltungssteuer angenommen, bräuchte ich rund 15.000 Euro in Dividendenaktien investiert. Alternativ zu einzelnen Dividendenaristokraten kann ich natürlich auch einen Dividenden-ETF besparen. Vorteil, ich bin breiter gestreut, weniger Risiko. Nachteil, meine Dividendenrendite ist nicht so hoch, wie wenn ich auf die Top-Aristokraten als Einzelwerte setze. Ein Dividenden-ETF beispielsweise ist der Vanguard FTSE All World High Dividend Yield mit 1764 Aktienpositionen sehr breit diversifiziert und mit 0,29% Gebühr pro Jahr auch überschaubar teuer. 15.000 Euro in Dividendenaktien sind nicht mal eben so angespart, aber absolut realist. 50 Euro pro Monat damit im Kasten.